Hallo und Herzlich Willkommen so ein weiterer Barthes in 2 4 wie er aber ob es das Auto der Kluft getrinkt werden alles im Kopf also erlaubt wurde weil die Menschen er ist als würde ich trinke Cola was hat mir gemacht also du hast schon gesagt wir machen ja das noch weiter mit Schwerden haben oder so weiter alter was müssen wir da jetzt hier genau machen das noch so markiert ob die müssen wir werfen oder kaputt machen wir auch mal das ding einfach mal ich verstehe das jetzt nicht höh das verstanden ist ja was mit für keine ahnung so die muss man einfach irgendwo gegen irgendwo drauf werfen schätze ich mal okay einfach mal rutsch ja ich muss natürlich gleich wieder mich anfackeln lassen zick dinge markiert aber auch eigentlich nur 1 ja und das ich dachte ich wollte eben in das auto einsteigen sieht so cool aus haben wir schon was geht es auch kaputt ja also es wird auch nicht auf der karte markiert okay hallo wir sind die wir werden auf markt markiert da liegt eins wir haben uns au 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 schnell erholen schnell erholen ich renne mal hier ein stückchen weg nehmen wir mal ein anderes alter krank und autos kaputt machen das ist der drümmen macht kommen 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 neue immer da liegen sich teile rum auf da sind wir haben wir denn jetzt nicht ganz dumm anstellen wo aber noch nicht sein aber es ist ein weiterer holger so muss das einmal mit dem Ding über das Auto und das ist direkt verbeult manchmal oder gleich mit ganzem Arsch hier es war einfach das Ding nur irgendwo gegenhauen und das ist auch gut ja ja wir könnten schaffen wird eng eng ist dehnbar kennst du doch naja das geht leider nicht mehr knapp ja 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 ich hab die Uhr gar nicht gestimmt aber ich alles klar fortfahren ja level 14 bin ich jetzt oh bargeld muss ich mal überweisen was was nur los bin schon mit 14 warten auf guna ja ich hab kurz verpennt zu drücken äh und wollen ab am Ladebettchen der schöne blaue Ladebettchen und dann bin ich wieder ich weiß ich habe gerade mal ein Schülungsgeld überweist ruhig ich guck mal wieder gerade ein 60 tausend ohne Kräfte gibt's neu was schon wieder trifft sich mit CID auf dem Schiff äh auf dann oh oh Telekinesen kann Panzer und Fahrzeuge hochheben mach ich mal übernehmen ok mach das übernehmen so übrigens ist gerade Aufgabe trifft sich mit CID auf dem Schiff achso ok um das mal kurz zu erwähnen ich hab doch da vorhin so ein tolles Auto gesehen jetzt ist weg oh oh was ist denn das für ein Auto lass mal aussteigen Wandenfähigkeit ja mach ich jetzt mal nix uff auf Trecker nimm mal die Karre halt achso gehorche wieder ähm keine Ahnung dann trifft sich mit CID auf dem Schiff ist die Aufgabe ne ja genau das kann ich auch noch aussehen das kann ich auch noch aussehen da ist gerade ein Laden zum Hacken ja ich bin eh eh noch sehr sehr weit davon ja mach mach ruhig ich ich hack derweil mal kurz nen Laden einfach so weil ich kann ja so ein paar Daten sammeln also hier sind wieder viele Daten sammeln dann wird das süchtig danach die einzusammeln Alter ich kann da nicht aufhören damit ich kapier's grad nicht aha ist da jemand verwirrt? äh achso löschen ja jetzt hack geschafft wunderprächtig ich wusste nicht wie man Dinger löscht soo der Laden ist gehackt wunderprächtig wo ist mein Auto? da das gefällt mir mein Auto ist weg mein Auto ist weg oh man mein Sprint kann ich mehr sprinten ich hab da auch irgendwie gar keinen Bock da rumzufahren weil das dauert viel länger ja irgendwie schon ne das wird ein bisschen über unter bewertet ne überschätzt überschätzt nicht mehr so brauchbar Auto zu fahren wobei ich glaube ich holen wir jetzt doch gleich ein Auto und fahren bisschen einfach weil warum so äh ich mach mal kurz Bargeldüberweisung was wir auch grad gemacht ja hab ich meine Gesundheit noch ein bisschen abgequäutet so ich denke abgleich kann ich auch wieder machen ein paar Gesundheit ja machen wir mal Gesundheit 2 übernehmen ok also ich bin jetzt drin aber wir zu mit ihm reden ich weiß nicht ob wir das beide müssen ja ja schon 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 würde ich schon gar ich bin noch kurz ah kann ich auch abholten ich mache hier grad so ein paar Upgrades einfach ja ich guck auch nochmal weil ich hier Pass macht oh muss ich ja mach ich mal was bringt einem ich mach mal beim Nitro dieses Auto Nitro Schaden keine Ahnung was ist extremerkommission bei anderen Fahrzeugen während Nitro genutzt wird ok Banden Fähigkeiten Wiederbeleben Tempo Mitstreider werden schneller wiederbelebt oh das hole ich mir mal will das sowieso alles irgendwann haben ja es könnte schon sein dass wir das alles haben das kann man bei Blast gar nichts ah ja heißen Feuer dum 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 ähm Telekinese Spezialfahrzeug Telekinese kann Panzer und Flugzeuge hochheben ja das habe ich gemacht mache ich auch gerade aufladen 2 mache ich auch mal bei der Telekinese lebensraub Element ah ja das habe ich ja haben wir ja eben gekriegt genau ja im letzten vorletzten super Sprung kann ich auch gleiten effizient gleiten verbraucht weniger Ausdauer das ist gut fach okay dann gehe ich mal zurück und gehe mal ins Telefon und red mal mit Kinsey ja ne gratsch ich hole mal ein Auto hammerhead bei extras cheats what the fuck fuck cheats und zufügen alle Statistiken ah ok warum zum geil geiler habe ich jetzt das Auto was das musst du mal zeigen äh in der Aufnahme Extras drückst du Tab und dann Extras Extras ja und dann Statistiken Statistiken und Cheese naja und was ist jetzt mit der Statistik ja kann man ein bisschen zeigen wieviel Missionen wir schon gemacht haben und Aufträge abgeschlossen 10 von 45 Loyalitätsmission 0 von 7 ja keine Ahnung kommt bestimmt noch alles klar warum habe ich jetzt hier kein Auto verstehe ich gerade nicht ich bin achtmal gestorben ich bin achtmal gestorben der störte Fahrzeuge das muss ich auch mal dann in der Aufnahme zeigen ja ich habe ein Problem ich bin an mein Funkding gekonnt ich hab bitte ich bin meine Tastatur wieder ah jetzt hat das also weil es gedauert nicht gerade hier mit dem Auto frag mich nicht warum ja so ich fahr gemütlich dann dahin noch ne du bist ja schon da aber egal mein ok mein Tastatur geht wieder ich bin außerdem mit dem Fuß auf den Funkding da kommt der hat die Tastatur wieder gesucht das sollte man mal nicht machen ich bin schon im Chef dran auf dem Chef ja ja ich bin auch schon auf der Insel gerade tam 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 da sind wieder die ganzen Gestalten die da rumtanzen und jetzt wird's blau und lila und da bin ich guten Tag ah da steht Ansammlung gefunden Ansammlung 456 von 1255 hallo irgendwie lauf ich wieder falsch aber egal hallo der stört hat die Zinja gestalten boah da kann man so viel zu machen auch muss man jetzt holen oh oh Aiden einigen jungen auch bei den Reis und der Schöne wurde das ist direkt vorhaut wie zieht die Anzug jetzt solltest du wirklich verstehen können wie kalt und einsam ist in dieser Hülle ist dieser CID Anzug steht dir nun in deinem Gateway Kleiderschrank zur Verfügung okay ja offensichtlich ja ich hätte auch noch mal mit dem Reden nö ich denke nicht ah ja Aufgabe aufgeschlossen Porsche wieder ja da ist mein Teil ja stand da auch bei mir gerade Kurschen noch einmal erkundet den Spalt mach ich mal gerade was erkundet den Spalt habe ich gerade gemacht äh ein bisschen zurückkehren der was er hat jetzt geht zurück wo ist denn das ah ja ich geh wieder Standardausgang ah da bist du auch hallo was haben wir denn da für Kleiderschrank Gateway Funktionen Garage Ah da kann ich mir jetzt angucken was ich für Autos in der Garage habe Ah ja Ah ja sehr schön Cyber Gunslinger Ach du Schande Destructor Plane Ja habe ich auch Peacemaker Kann es sein dass wir einfach sämtliche Autos haben die jeder von uns speichert ja kann sein Puls okay Betsy ach das ist dieser Pickup Ich zieh mich mal um gerade Okay Achso ich heiße ich brauche Destructor Ha Late Peacemaker Gleiderschrank Gleiderschrank Was haben wir denn da so zur Verfügung Ach Kopf Piercing Outfits Outfits ansehen Keine Outfits Keine Outfits Oh okay Äh Piercings Ah ja Oh nein Kleiderschrank Anzüge CID Anzug Ach du Scheiße Guck dir mal den CID Anzug an Ha Warte Mädchen aus den 50ern What the fuck CID Anzug hast du Ne Noch nicht warte Mach das Zeig Mach das mal Yeah Warte mal ich zieh den mal an und geh mal raus Ja ich auch Kann auch ganz nackt rumlaufen mit dem Darm schlippern Yeah Warte mal Ey wo bist du denn Verlassen Hey hallöchen Hi Na du Alter wie das aussieht Nee das muss ich wieder weg machen Ja ich sag Oh Scheiße ich bin halt aufs Schiff Äh Oh ich auch Mach dir gewohnt Ich hab auch eh gedrückt Ja Äh okay Simulation betreten Und direkt wieder drauf Ja Welches Portal hast du benutzt ist mit links oder links das Ja Es gibt glaube ich noch mehr Ja ja klar muss man vielleicht machen muss man vielleicht aktivieren oder das weiß man ob die ja automatisch kommen oder Ja Die sind bestimmt irgendwie So Dann automatisch ne R Leider schwank Ähm Anzeige Ich hab leider noch nicht so viele Kleider Ähm Muss äh Ich zieh mir das erstmal aus Oberkörper Ja Okay ich äh Ich äh Ich bin fertig So Was fliegt Achso Oh Präsidialer Anzug Oder Äh Lederjange Ich mach das wieder Ich zieh das wieder an was ich eben an hatte Was ist das denn? Mh Zieh dir mal deine Kleider aus da kann man flitzen Was? Ich muss jetzt Leute schockieren Mh ne Ich zieh mich nicht aus So Ja Das ist lustig Das muss man zeigen Die sind schockiert Fuck ich hab's glaube ich nicht geschafft Es ist lustig Ja mag sein Ich zieh mich trotzdem her aus Ich zeig das in der nächsten Aufgabe Dann steht da hier man muss Schocks hervorrufen Und ich weiß hab's aber jetzt nicht geschafft Einer hat mir gefehlt Äh fliegst du jetzt dahin? Ähm weiß ich nicht Ich weiß nicht was du gerade machst Telefon Ja wir müssen wir müssen noch hier irgendwo hin Ich hab doch auch irgendwas ausgewählt ne? Hast du ne? Ich glaub schon ja Ähm bei mir ist nichts markiert Ne weil ich das ausgewählt habe Du kannst äh Ich will das jetzt einfach Mach 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 Ich mach hier relativ langweilige Sachen gerade Ähm irgendwas Ich weiß jetzt kann nicht Was ich wollte Aber egal Ich geh jetzt nochmal auf diesen Gateway Level 2 Ja komm Okay level 2 geschafft Geil da Ah mit durchflitzen kann man EP verdienen Ahja EP Wow dude Lustig Karte Bist du denn überhaupt? Äh Ich fliege zu dem Punkt das ich markiert habe Was hast du denn markiert? Hä? Ja guck mal auf den Aufträge Aufträge? Da steht doch eine 2 muss da stehen oder eine 1 keine Ahnung neben dran Das heißt dass ich das gerade mache Machst du jetzt auch? Bei Aufträge steht 3 3 wie 3? Und jetzt? Gehorche noch einmal Ja genau Das machst du gerade oder was? Ja Ja zu was halt mache ich gerade oder da geh ich hin Ich hab jetzt mal auf Daten gedrückt Zielmarkierung genau Hä? Ab bin ich da? Ja ich bin da Ich hab einfach mal mein Auto aufs Dach gelegt ne? Frag mich nicht warum So ich fliege Gleiten 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 ist gut Oh ja der Gunde und seine Datensammlungen Das Schlitzen ist echt lustig So und Autos aus dem Weg räumen ne? Ja Ja Da warte ich auf dich sehr weit entfernt Das kann sein ja Ich bin gerne sehr weit entfernt Wusstest du das? »Jetzt von mir?« »Ja, das ist ja sowieso, ne?« »Ech, ich wohne mir gerade wieder ein Auto und fahr'« »Ja, wir sind in de're." »So, wir sind in de're." »A! Nitro!« »Yeah, und Autos aus dem Weg basteln, hier!« »Hab'ich noch gar nicht so...« »Boom, wo geht's denn jetzt hin, was sind da noch auf der Karte markiert...« weiter ich habe zwei die autos landen aber so schnell scheiße schnell auf dem dach und bleiben da liegende das zum kurzen da bist du das noch die datensammlung naja datensammlung 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 und hoppala wo bist du dann dauert immer weit wo das noch die datensammlung auch schon geht jetzt macht auch mal hier kein herz doch wir wollen hier die mission stand ich kann fliegen bald betreten neue da freut sich der Guna der Spalt hört er freut sich da nicht ok irgendwas wieder abwerfen mit der gleichem fahrer schande telekinesisch bald was ähm achso oh fuck oh nix warte da war damals Komma der Hochspinnerstückchen runtergefallen gerade der Fokor alter aber dass die Dinge oder ging was Ja, wir sind das beide. Wir werden zu nah irgendwie. Was ist das jetzt? Ich bin grad verwirrt, aber egal. Bist du da rüber? Oder gehst du da rüber? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas ist da, was wir wegmachen müssen, schätze ich mal. Ja, da sind die Dinger. Aber wo kommen die raus? Okay, hier. Ähm. Fuck. Okay, that's that. Ja. Ja, die schießen glaub ich auch irgendwie. Bam. Alter. Gibt's doch net. Komm. Da kommt keiner mehr raus. Oh, ich hab hier grade einen. Okay, ein roter. Nice. Oh, ich muss mich schon wiederholen hier. Ja, klar. Moine. Alter. Nerv. Wir sind irgendwie einmal getroffen und schon ist man... ...im Arsch. Oh, come on. So schnell kann man doch gar nicht reagieren. Ich find da gar keine Kugel mehr bei mir. Hier kommt einer. Oh. Oh. Oh scheiße, belebe mich mal wieder. Ah, ich bin vorne gefallen. Aber ich bin wirklich gut. Hä? Oh nein, ich bin auch dort. Prima. Kann ich jetzt nix mehr machen. Ich glaub das haben wir versaut. Ja. Gescheitert. Dein Partner wurde getötet. Ja. Ja, du auch. Okay, machen wir nochmal. Ich war irgendwie verwirrt. Bei mir bekamen gar keine Kugeln und du hast irgendwie Kugeln bekommen. Okay. Keine Ahnung. Aber wenn wir es jetzt wieder nicht schaffen sollten, dann verschieben wir das auf den nächsten Part. Ja. Weil der Part ist jetzt auch schon wieder ziemlich lange. Um das mal so zu beschreiben. Jo. Aber eigentlich sollte es gar nicht so schwierig sein, ne? Nee, eigentlich nicht. Bam. Okay, nicht gut getroffen. Was? Alter, da war doch überhaupt nix. Doch, ich hab's gesehen. Okay. Boom. Und weiter. Okay, ich gleite mal während du läufst. Ja, mach das. Weil Baum. Ah, jetzt wird's mir auch da angezeigt. Das wurde gar nicht angezeigt. Echt? Nee. Das ist doch komisch. Ja. Das ist echt komisch. Boah. 过l. Boah. 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 Ja. Ah, Ficke mich doch. Ein Arsch hier. Boah. Bist du gar nichts vorergewählt. Boah. 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 Alter Nein! Ich auch! Das ist aber machbarer. Naja komm, das ging ja schnell, das machen wir noch einmal. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Vielleicht dürfen wir nicht zu nah aneinander stehen, dass wir nicht beide immer getroffen werden. Wäre vielleicht eine Idee. Aber hier läuft es ja eigentlich ganz gut, ne? Alter, ja und schon liege ich. Ich gehe mal ein Stückchen weiter ran. Hier kommen aber auch mehr Kugeln von unten. Oh, leck mich doch am Arsch. Ich weiß manchmal nicht, ich glaube manchmal, hast du schon eine Kugel in der Hand, die ich nehmen will oder so? Ja, das ist zu zweit, was ich ein bisschen verliere. Da kommt noch einer. Komm, put, put. Kugel? Ja, brauche ich mich auch gerade. Hallo? Kugel? Was los mit dir? Da unten ist sie. Wunderprächtig. Wenn es jetzt so wieder läuft, wenn es so hier auch läuft, dann wäre es doch gut. Nur willst du nicht so recht, ne? Fack, wir kommen nachher. Ah, ja. Oh, egal. Schass auf. Ja, hier kommen jetzt auch wieder keine Kugeln. Ja, so. Wo kommen die Kugeln jetzt? Keine Ahnung. Äh, irgendwie bugt das gerade. Ich weiß auch nicht. Oder wir haben Kontaktschleife nicht erwischt oder so, keine Ahnung. Joa. Hm. Oh. Ich weiß ja auch nicht. Was ist denn los, nu? Oh. Du springst gerade runter, oder was? Ja. Ich will da rauf gehen. Ach so. Ich bin zu. Sollen die so zu sein? Keine Ahnung. Geh zur nächsten Position. Aber... Wir sind doch auf der nächsten Position. Was? Auf was? Geh zur nächsten Zielposition. Keine Ahnung, ist irgendwie nicht verkackt. Keine Ahnung, was da jetzt los ist, aber... Hey, da sehe ich gerade Kugeln, da unten. Hä? Warum schweben die da so blöd rum? Okay, jetzt fall ich runter gerade. Man wird nach oben gewarpt. Ja, wunderprächtig. Aber da sind Kugeln. Oh, ich habe eine. Oh. Ah, jetzt kommen wieder. Ah. Ich darf hier stehen. Okay. Okay. Ah, fuck. Gut, gut, jetzt kommt... Jetzt kommen wieder keine Kugeln, oder was? Ah, doch. Ah, ich... Ich schnaffte dir die ganze Deck. Jaja, es scheint irgendwie so... Und trotzdem werde ich hier gekillt? Ich weiß auch nicht. Ah, haha. Okay, eins noch. Oh, du, du... Scheiß. Jawohl. Holla, die Waldfee. Ja. Äh... Nächste... Ah, da. Alter, lass mich doch auch mal eins nehmen, hier. Ja, hier warst du mir. Am Anfang hatte ich den Tee noch nicht raus. Oh. Oh, voilà. Oh. Weil ich geh mal hier irgendwo anders hin. Ich geh mal hier hin. Ja, geh mal irgendwo anders hin. Alter, wo kam das denn jetzt her? Verdammt. Ah, die kann man schon sehr früh holen, ne? Bam. So, das war nicht gut getroffen eigentlich, aber egal. Okay. Okay, her damit. Treffer. Ja. Und da hin. Also, wir müssen da scheinbar auch auf die Farben achten. Ja, natürlich, da hab ich ja begonnen. Sind wir jetzt endlich weg? Ja, wir sind weg. Aha, klar. Ja, so klar, oder? Dass es nur weitergeht. Da geh ich wieder hier hin. Das war gut. Ja. Ich probier's mal von hier. So. Ich probier's mal von hier. So. Oh. Na, komm her. Latt machen. Oh, falsch. Ja, die prallen dann immer ab, irgendwie. Ja, aber... Egal. Ich wollte eigentlich... treffen und hab dann einer hin geworfen, der... der bereits weg war. Oh, fuck. Schock. Ähm. Holla, die Waldfee. Die Aufnahme wird wirklich ewig lang, ne? Ja. 30 Minuten schon. War nicht gut getroffen. Alter. Ich... ich krieg als überhaupt keiner von den Dingen mehr hier. Treffen mal. Oh, da fliegt was runter. Oh. Oh. Und noch was. Und der rum nach weg dort, zack. Bam. Okay, das wär's. Geh. Boah. Was? Zunächst mal Position. Das ist da oben. Ach so, das könnte mal laufen. Das könnte mal laufen. Das ist die letzte. Ja, runtergefallen, ne? Ja, ich hab mal gedacht, ich flieg mal lieber Netz, sondern... Oh, fuck. Schon wieder runtergefallen. Uiuiui. Ah, jetzt fliegt der. Ja, man muss ja auch erstmal irgendwie bisschen durchsteigen, ne? Was man machen muss, und so. Zumindest bei mir ist es häufig der Fall. Oh, ja. Es kommt grad wieder nichts. Es kommt grad wieder nichts. Ja. 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 Oh, oh. Vielleicht müssen wir das drauf stellen. Ne. Oh, ne. Backen die wieder irgendwo rum? Kein Plan. Ja, da hinten. Warte, schon mal eine. Alter. Als ob das sein muss, ne? Verkriegst du die da, oder wie? Äh, ne. Noch nicht. Ja, ich hab einen. Jawoll. Kommen sie wieder? Nö, bis jetzt nicht. Werf das Ding halt einfach mal. Also, ich kapier's nicht, warum das hier alles ist. Hä? Ich hab doch getroffen. Was? Keine Ahnung. Irgendwie ist das B plus S gleich scheuert. Was da gerade läuft. Ich lauf auch mal dazu so'n Ding. Oh, ja. Und flieg natürlich gleich runter. Mann. Das nervt. Was soll das denn, verdammt? Was? Da können wir ja nicht dafür. Ja, aber... Ist halt irgendwie blöd. Warum hängen die da so rum? Wird keine Ahnung. Mann, der muss das so sein. Wird keine Ahnung. Ich hab voll getroffen und es ist nichts passiert. Dann fall ich jetzt erstmal runter. Die gehen nicht kaputt. Vielleicht müssen wir die einfach alle kaputt machen. Du trinkst nicht, du. Ja, 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 ja. Schon klar. Das trifft für mich nicht. Ich geh jetzt einfach mal da hin und probier's. Okay, tatsächlich. Keine Ahnung. Einfach alle da irgendwo ins Licht sein. Sind noch welche oder? Ja. 3 Stück. Ja, gut. Die kriegst du. Die schaffst du. So, ich hab's jetzt irgendwo runtergeworfen. Äh... Nee, sonst keine, ne? Also das ist schon echt blöd, ne? Ja, war fuck. Hat mir gefallen. Ja, da müssen wir das auch wieder abbrechen. Ja, also ich... Ich würd sagen, wir beenden jetzt den Part hier auch, weil... Ja. Langsam geht auf die 40 zu. Ja. Wenn das so weitergeht. Ja. Weil da haben wir hier irgendwas vergessen zu machen? Ich kapier's nicht. Die haben ja schon angefangen. Du hast schon angefangen. Ja, ja, ich hab schon was drauf geworfen, aber die sind eigentlich ja noch alle da, oder? Ja, mal ein paar haben die Energie. Na, so ein bisschen. Ja, Mann, das ist doch blöd. Ja, kann man nix machen. Naja, wie auch immer. Dann war's das hier für den Part und... Ja. So. Dann schauen wir mal, wie's im nächsten weitergeht. Also, danke fürs Zuschauen. Ciao.